Fünf Phasen des Umgehens mit belastenden Emotionen Die erste Etappe können wir überschreiben mit Inne halten. Sich zu stoppen in dem, was unmittelbar Leid erzeugt. Das heißt, wenn Emotionen so stark werden, dass wir uns oder anderen Schaden zufügen könnten, dann kontrollieren wir uns. Das wäre zum Beispiel bei heftigster Begierde oder bei aggressiven Emotionen notwendig, wo wir uns selbst und andere nicht mehr ausreichend respektieren. Wir achten darauf, niemandem Schaden oder Schmerz zuzufügen. Dadurch entsteht ein Raum der initialen Zurückhaltung, in dem wir achtsamer erfahren können, was eigentlich dieses Gefühl ausmacht, bevor wir es ausleben. Wir bringen Achtsamkeit ins Spiel und schaffen einen sicheren Raum, in dem wir uns der Emotionen zuwenden und sie näher kennenlernen können. Die Grundhaltung dabei ist, wissen zu wollen, was diese Erfahrung eigentlich ist, ohne sie auf leiderzeugende Weise auszuagieren. Bei aggressiven Impulsen müssen wir etwas vorsichtiger sein. Es geht darum, sich mit einfühlender Achtsamkeit den aggressiven Gedanken zuzuwenden, um den Prozess ihres Entstehens kennenzulernen. Die zweite Phase ist dann, Heilmittel anzuwenden. Das heißt, alles, was mir gut tut, zur Anwendung zu bringen. Ich frage mich, welche Gedanken, Handlungen und Einstellungen würden mir jetzt gut tun? All das nennen wir Heilmittel. Achtsamkeit bewirkt, dass ich zusätzliche Aspekte der Situation bemerke, die mir vorher gar nicht aufgefallen waren. Wie beispielsweise, dass ich in meinen starken emotionalen Impulsen den anderen gar nicht mehr wahrnehme und dass es gut tun würde, den anderen mehr wahrzunehmen. So könnte tatsächlich eines der Heilmittel sein, sich mehr in den anderen einzufühlen. Alles, was hilft, weicher zu werden und den inneren Raum zu öffnen, während diese emotionale Welle durchrauscht, ist willkommen in dieser Phase. Alles, was hilft, mich an meine innere Ausrichtung im Leben zu erinnern. Sexuelles Verlangen ist ganz natürlich. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Es wird gar nicht diskutiert, ob es sein darf oder nicht. Solange es auftaucht, ist es da und ist deshalb jetzt Gegenstand meiner Praxis. Sexualität selber ist für viele von uns eine Quelle von Freude. Und soweit ich höre, wird sexuelles Verlangen für die meisten erst dann zu einem Problem, wenn sie es nicht leben können. Genauer gesagt sind also die Gefühle der Sehnsucht, des Nicht-Erfüllt-Seins, Nicht-Befriedigt-Seins und sich getrennt fühlens das eigentliche Thema. Und da gibt es Lösungen, erfülltes, befriedigtes Sein zu erleben, selbst wenn es keine Möglichkeit für sexuelle Begegnungen gibt. Das wären dann die sogenannten Heilmittel. Sexuelles Verlangen wird sich dank der Achtsamkeit in eine befriedigend gelebte Sexualität wandern und erotische Gefühle werden als belebend erlebt. Diese erotischen Gefühle nehmen uns dann nicht mehr so gefangen, sie werden zunehmend zum Ausdruck von Liebe und Mitgefühl und das Gewahrsein des Nicht-Greifbaren beginnt sich auch dort einzustellen. Wenn sich die sexuelle Energie im Herzen befreit, im Herzensgewahrsein, ist es sogar möglich, sexuell enthaltsam zu leben, ohne ständiges Kontrollieren und Unterdrücken. Bei allen Emotionen, die wir als belastend empfinden, gehen wir den tieferen Auslösern und Beweggründen auf den Grund und versuchen herauszufinden, was das eigentliche Anliegen oder Problem ist. Und dort setzen wir mit den Heilmitteln an. So mag zum Beispiel hinter Rache-Gefühlen eine Erfahrung ohnmächtiger Wut stehen, mit dem Erleben, vom Anderen völlig übergangen und missachtet worden zu sein. Dann geht es darum, die Selbstachtung und verwandte Qualitäten zu stärken. Die dritte Phase nennt man Transformieren. Aber es geht dabei nicht um das Transformieren von Begierde oder Hass, sondern es geht um das Transformieren unserer Einstellung gegenüber den Emotionen. So kann ich in dieser neuen Einstellung beispielsweise die belastende Erfahrung als willkommene Unterweisung sehen. Ich erkenne, dass ich da etwas zu lernen habe und nehme sie als eine versteckte Unterweisung. Traditionell heißt es, sie ist ein Geschenk deines Lehrers. Ebenso könnte ich die Emotion als eine einfache Erscheinung in diesem Geist sehen, die mir das zeitlose Gewahrsein offenbart, die Geistesnatur der Buddhas, die uns allen inne wohnt. Da stellt sich aber die Frage, wie können denn heftige emotionale Zustände, die mich teilweise wie blind machen, die Natur des erwachten Gewahrseins haben? Im Vajrayana, wo wir auf uns selbst als Buddhas, als Jedams, meditieren, heißt es, siehe alle aufsteigenden Gedanken als die Gedanken des Buddhas, auf denen du meditierst. Damit ist gemeint, den Blick abzuwenden vom Inhalt der Emotion, das heißt, vom Objekt der Gier oder des Hasses, wie auch von dem Impuls, dem jeweiligen Trieb nachgehen zu wollen, und den Blick, dem Eigentlichen zuzuwenden, der nicht fassbaren Natur der Emotion. Wir könnten in gleicher Weise eine emotional belastende Situation als eine versteckte Unterweisung in Vergänglichkeit betrachten und diese Aufgabe, so ungerufen wie sie kommt, willkommen zu heißen als eine Aufforderung, tiefer in die unbeständige Natur zu schauen. Dabei schauen wir in die Unbeständigkeit des Anderen, auf den unsere Emotion gerichtet ist, wie auch in die Unbeständigkeit von uns selbst, die wir diese Emotion zu haben scheinen, und in die Unbeständigkeit der aufsteigenden Emotionen. Das heißt, wir betrachten das eigentliche Wesen der drei Aspekte unseres Erlebens, Subjekt, Objekt und Erfahrung. Begehrende, wie auch aggressive Impulse, werden entmachtet, da sie als Wellen erkannt werden, die so, wie sie auftauchen, auch von selbst wieder vergehen. Wir sehen, wie sie sich umso höher aufbauen, je stärker wir glauben, dass es glücklich macht, das zu erhalten, was wir begehren, beziehungsweise das zu zerstören, was wir ablehnen. Wir sehen zudem, dass sie umso kraftvoller sind, je stärker der Glauben besteht, dass es mich wirklich gibt, dass diese Emotion tatsächlich meine Aufmerksamkeit braucht. Wir verlieren in dieser Phase die Angst vor der Emotion. Wir freunden uns sogar mit ihr an. Ein wirklicher Gesinnungswandel findet statt. Deswegen sprechen wir von Transformation. Was uns vorher so gequält hat, wird jetzt zu einer vertrauten Unterweisung. Und statt gefangen zu sein oder davon zu laufen, beginnen wir wirklich hinzuschauen. Das führt in die vierte Etappe. Diese vierte Etappe heißt, die Natur der Emotionen sehen. Das bedeutet, ihre Unbeständigkeit zu sehen, ihre Vergänglichkeit und damit auch ihre Substanzlosigkeit. Sie können nicht aus sich heraus existieren. Emotionen haben aus sich heraus keine Kraft. Sie sind in sich gar nichts. Wiederholtes Hinschauen in das Wesen der Emotionen wird irgendwann das direkte Erkennen der Natur einer Emotion bewirken. Die dritte Etappe bringt bereits so etwas wie eine Ahnung, ein erstes Verständnis der Natur der Emotionen hervor. Und nun geht es darum, zu einer verlässlichen Gewissheit zu kommen. Die ersten drei Phasen haben die typische Wirkung, dass eine zunächst starke Emotion zunehmend an Kraft verliert, wie ein Dekrescendo in der Musik. Das nun praktizierte, direkte Sehen hat im Unterschied dazu die Wirkung, dass die Emotion in dem Moment, wo sie durchschaut wird, völlig vorbei ist, restlos, ohne ein Diminuendo oder Dekrescendo. Es überrascht einen, wie abrupt und vollständig sich eine Emotion in einem Moment auflösen kann. Um das zu ermöglichen, wenden wir uns von dem ab, was uns ärgerlich macht oder anzieht, also weg vom Inhalt oder Objekt der Emotion, und wenden uns dem Wesen der Emotion zu, also wie sie ist und wie sie erlebt wird. Ob es sich um Gier, Ärger, Eifersucht, Angst oder was auch immer handelt, das unmittelbare Erkennen ihrer nicht fassbaren, dynamischen Natur bewirkt, dass die Emotion plötzlich weg ist, sie ist nicht mehr zu finden. Wir erleben eine unerwartete Freiheit und müssen vielleicht sogar darüber lachen, wie sehr wir zuvor in unserem emotionalen Film gefangen waren. Um auf diese Weise schauen zu können, brauchen wir die Vorbereitung durch die vorhergehenden Phasen. Sie machen es leichter, sich offen, direkt und unvermittelt dem emotionalen Erleben zuzuwenden, weil die abwehrende Reaktion, das Unterdrückenwollen der Emotion einfach zu stark ist. Zum ersten Mal erlebte ich das inmitten von Ärger. Ich war dabei völlig genervt, jemandem Vorwürfe zu machen und da wendete sich der Blick von selbst nach innen, während ich vor der Person stand. Zuvor hatte ich viele Male bei anderen Emotionen versucht, auf diese Weise zu schauen. Aber dieses Mal entstand das Schauen von selbst und plötzlich war inmitten meiner Vorwürfe nichts mehr von meinem Ärger da. Ich musste so lachen und fühlte mich völlig frei. Das Drama war verschwunden, ich konnte meine Wut nicht mehr finden. Ich konnte nicht einmal mehr die Gründe meines Ärgers finden, war nicht mehr sauer und fühlte mich wohl mit der Person, auf die ich eben noch wütend war. Es war unfassbar. So etwas passiert, wenn für einen Moment die nicht fassbare Natur der Emotion erfahren wird. Vorher hätte ich das nicht geglaubt. Unsere Lehrer hatten uns beschrieben, dass es so ist, aber ich konnte das nicht ganz glauben. Und wenn Ihr es nicht glaubt, dann ist das in Ordnung. Seither ist es mir mehrfach mit verschiedenen emotionalen Zuständen so ergangen. Und es wäre schön, wenn es immer so wäre, aber mit dem Willen lässt sich da nichts machen. Nur mit tiefem Annehmen und offenem Interesse, ohne die Emotionen weghaben zu wollen. Die fünfte Phase ist dann die Emotionen als Weg nehmen. Dabei erzeugen wir bewusst Emotionen und schauen immer wieder in sie hinein, damit sich die tiefsitzenden emotionalen Muster auflösen. Es ist wie ein großreinem Machen in unserem karmischen Speicher. Diese fünf Stufen der Arbeit mit Emotionen werden in einem Text von Kamal Chakmir Rinpoche beschrieben, einem Mahamudra-Lehrer im 17. Jahrhundert. Die Unterweisung von Gengel Rinpoche dazu findet sich in dem Büchlein Der große Pfau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017